Die Geburt und der Tod, der Anfang und das Ende, beides gehört untrennbar zusammen. Trotzdem denken viele Menschen ungern an das eigene Sterben oder das von nahen Angehörigen. Warum wird der Tod in unserer Gesellschaft so ausgeblendet? Wie können wir lernen, besser damit umzugehen? Und wie hat der medizinische Fortschritt das Sterben geändert? Darüber sprechen wir jetzt bei Alphand Omega und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Bei mir im Studio begrüße ich Liz Sessler. Sie ist selbstständige Versicherungskauffrau und arbeitet ehrenamtlich im Hospiz Stuttgart. Die Begleitung von Sterbenden gibt ihrem Leben Sinn und trotzdem hat sie Angst vor dem Tod. Keine Angst vor dem Sterben hat Robert Barcher. Im Alter von zwölf Jahren hat er ein sogenanntes Nahtoderlebnis, das ihn bis heute prägt. Er glaubt auch an ein Leben nach dem Tod. Die evangelische Seelsorgerin Gertraude Kühnlehan hat durch ihre Arbeit schon viele sterbende und trauende Menschen begleitet. Für sie ist der Tod ein wichtiger Teil des Lebens. Frau Kühnlehan, Angst vor dem Tod ist heute unser Sendungsthema. Was sagen Sie als Seelsorgerin, woher kommt diese Angst? Ich denke, dass es eine gewisse natürliche Angst gibt vom Menschen vor dem Tod, weil es etwas Unbekanntes ist. Keiner hat ihn erlebt. Und oft hat man ja vor Unbekanntem auch Angst. Und es ist ja immer auch ein Abbruch des Lebens und Abbruch von Beziehungen, dass es da viele Faktoren gibt, die Menschen dann auch beängstigen. Und dann denke ich, dass in der heutigen Zeit die Angst sich vielleicht eher noch vermehrt dadurch, dass einfach der Tod wenig Thema ist. Und im normalen Leben auch wenig erlebt wird und oft auch an den Rand gedrängt wird. Frau Sessler, Sie erleben den Tod sehr viel. Sie haben im Hospiz, das ist ja ein Haus, in das Menschen gehen, um zu sterben. Die Menschen, die Sie dort betreuen, haben die Angst vor dem Tod? Die meisten Menschen, denke ich, haben Angst vor dem Tod, die zu uns kommen und viele möchten auch nicht sterben. Es ist nicht ihre eigene Entscheidung. Meistens die Menschen, die zu uns kommen, sind schwerst krank. Und was wir können im Hospiz ist eigentlich nur begleiten, die seelische Not und die körperliche Not lindern. Und das machen wir auch. Und was das Schöne ist, ganz viele Menschen, die zu uns kommen, die erleben nochmal eine ganz schöne Zeit mit uns. Und bei uns gibt es nicht nur den Tod, sondern auch ganz viel Lachen und Leben bei uns im Haus. Und das ist einfach das Schöne. Der Tod ist bei uns, aber das gehört einfach zum Leben dazu und das spürt man bei uns. Also es ist einfach eine schöne Atmosphäre im Hospiz. Wir haben aber, also wir haben quasi beide Gefühle, Fröhlichkeit und was Schönes, aber auch die Angst vor dem Tod. Wovor haben die Menschen am meisten Angst? Ich glaube, ganz viel Angst haben die Menschen in erster Linie auch vor Schmerzen. Vor dem Sterben und vor den Schmerzen, denke ich. Und dann natürlich viel seelische Not. Es wird viel aufgearbeitet und alles, was noch irgendwo nicht da ist oder wo einfach noch Themen sind, die noch nicht fertig sind, das belastet unheimlich. Und dann haben wir natürlich auch viel Leid. Nicht jeder stirbt so einfach, sodass man sagt, man legt sich jetzt hin oder es in die Schmerzen genommen und jetzt kommt das Ende. Sondern bei uns ist ganz viel auch Trauer aufzuarbeiten und auch das ganze Leben nochmal aufzuarbeiten. Und deswegen sage ich einfach, der Tod oder das Sterben dauert manchmal länger, wie wir uns das denken oder wünschen. Herr Batscher, Sie haben keine Angst vor dem Sterben. Warum? Also ich bin der Überzeugung, dass es auf irgendeine Art weitergeht. Das ist meine persönliche Überzeugung aufgrund meiner Erfahrung. Ich fühle mich eher eingebettet in ein großes Ganzes. Und da ist das Leben, das physische Leben, so wie wir es jetzt hier haben, nur ein Teil davon. Ich glaube, es gibt was Größeres, was Ganzheitlicheres. Und deswegen habe ich keine Angst vor dem Tod. Der Tod ist nur für mich ein Übergang in einen anderen Zustand. Ja, das ist für mich auch der Übergang. Nur dieses Unbekannte. Was kommt danach? Das ist das, was mir Angst macht. Oder das Sterben zuvor. Was erwartet mich? Krankheit, Schmerz? Bin ich allein? Ist jemand da? Begleitet mich jemand? Ich glaube auch, dass es ein Leben danach gibt. Aber trotzdem, ja, ich kann mir in meiner Fantasie einfach nicht vorstellen, was kommt oder durch was ich gehen muss. Sie waren sehr nahe am Tod, muss man sagen, im Alter von zwölf Jahren. Sie hatten ein sogenanntes Nahtoderlebnis. Was genau ist da passiert? Es war ein Unfall. Also ich war damals in der Zeit, so Anfang, Mitte der 70er Jahre, war es üblich, dass es zumindest bei uns in der Familie noch so richtig Badetage gab. Und mein Bruder und ich hatten so einen Badetag. Und ich saß in der Badewanne. Und ihm ist dabei der Föhn in die Badewanne gefallen, in der ich saß. Und durch diesen Unfall sozusagen, ich stand ja dann unter Strom. Damals gab es noch nicht so FI-Schalter oder dergleichen. Also es lief sauber weiter. Genau, es lief also sauber weiter. Und da hatte ich dann dieses Nahtoderlebnis. Also ich war wirklich wohl an der Grenze. Wie hat sich das angefühlt? Was haben Sie da gesehen? Naja, zunächst mal war das so eine Art Erschrecken. Also der Föhn ist hinter mir ins Wasser gefallen. Ich habe das also nicht mitbekommen. Und da habe ich gewusst, dass irgendwie jetzt was Großes, was Mächtiges, was da passiert. Und ich bin dann offensichtlich, so wurde es mir später geschildert von meinem Bruder, sozusagen unter Wasser gezogen. Also ich war unter Wasser wohl und dann unter Strom stehend. Und für mich jetzt war dann relativ bald ein Punkt gekommen, wo die Physis, der Körper keine Rolle mehr gespielt hat. Also das körperliche Empfinden, Schmerzen oder dergleichen, das war wie so ein Alarm zunächst mal da. Ja, aber weil das so eine heftige Erfahrung war, ist das plötzlich weg gewesen. Also mit einem Schlag plötzlich weg gewesen. Es ist eine unendliche Ruhe eingetreten. Das klingt ein bisschen komisch, weil der Körper natürlich noch weiter da im Wasser liegt. Aber für mich jetzt gefühlt trat eine unglaubliche Ruhe auf. Und dann gepaart mit weiteren Erlebnissen, also ein starkes, intensives Lichterlebnis, ganz tiefe Liebe spürend. Und eine Kommunikation mit dem Licht. Das war sehr, sehr eindrücklich, diese Erfahrung. Das heißt, Sie haben ein Licht gesehen, aber Sie wissen nicht, wo Sie waren oder Sie haben keine Menschen erkannt? Also allein sehen ist für mich schwierig, weil es war kein Sehen als solches. Es ist ein Erfahren. Also es ist eine totalste ganzheitliche Erfahrung, so wie ich sie hier irdisch sozusagen nicht kenne. Es durchdringt einen vollständig und mit dem Licht hat eine Kommunikation stattgefunden. Vielleicht kann man das ganz grob erst mal sagen. Also es war jetzt kein Sprechen oder so. Sprechen ist etwas irdisches. Diese Kommunikation, die läuft anders ab, also viel ganzheitlicher. Und das war ein außerordentlich angenehmer Zustand. Also ich wollte dort nicht mehr weg, auf gar keinen Fall. Warum? Ja, also etwas Schöneres hatte ich sozusagen noch nie erlebt. Das war einfach wunderschön. Sie sind aber wieder zurückgekommen. Ja. Aber erst mit Nachdruck. Also ich hatte kommuniziert mit dem Licht. Ich habe in diesem Moment auch alles gesehen. Also die Situation meiner Eltern, die in einem anderen Raum waren, die wohl schon irgendwie Geräusche mitbekommen haben. Ich habe sozusagen in diesem Moment auch vorspulen können, also die Trauer meiner Eltern erleben, wenn ich jetzt dort bleibe. Also ganz, total in seiner Ganzheit. Also absolut alle Emotionen dabei, wie es wäre, wenn ich jetzt dort bliebe. Das hat mich allerdings jetzt nicht in irgendeiner Form noch dazu bewegt, wieder zurückzukommen, sondern das Licht selbst hat mit mir kommuniziert und gesagt ist also, dass ich jetzt noch nicht kommen kann und dass ich sozusagen so etwas noch wie bleiben darf oder eine Aufgabe habe. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit Aufgabe. Das klingt gleich so psychopathologisch. Aber eine Art Aufgabe habe. Ich bin dann immer noch hartnäckig geblieben. Ich wollte bleiben. Und dann habe ich noch so einen Blick in die Zukunft bekommen im Sinne von, was denn vielleicht meine Aufgabe sein könnte, aber nur so quasi angespielt und dann mit einem ganz starken Nachdruck auch, also dass ich jetzt gefälligst wieder zurückgehen muss. Welche Aufgabe war das? Nein, es ist keine Aufgabe in diesem Sinne. Es ist also Aufgabe, das klingt immer so, wir müssen jetzt noch irgendwas erledigen, so wie Sie es vielleicht auch manchmal erleben mit den Sterbenden, dass Sie jetzt noch was abschließen wollen. Für mich war das anders. Ich habe eine Sicht bekommen, also auf mein weiteres Leben, dass Familie offensichtlich eine Rolle spielt, dass Kinder eine Rolle spielen, meine Kinder eine Rolle spielen. Sie haben heute auch Kinder. Ich habe auch Kinder heute. Also eigentlich sehr, sehr banal. Also wenn ich heute sage, meine Vision war, ich kriege Kinder, dann würden die Leute sagen, toll. Also, aber es war damit verbunden, vor allem alle Gefühle und es ist viel, viel intensiver gewesen. Also es ist nicht nur die physische Erscheinung meiner Kinder, sondern alles, was damit zusammenhängt. Also alle Gefühle, die ich natürlich, die jede Frau, jeder Mann vielleicht auch gegenüber Kindern empfindet und die so ganz verdichtet in diesem Moment. Die haben Sie als Zwölfjähriger gespürt. Ja. Sie haben gerade auch so eine Ruhe beschrieben. Was ist dann physisch mit Ihrem Körper passiert? Also Ihr Bruder war ja dabei. Ist der Körper auch ruhig geworden oder hat der sich durch die Stromschläge weiter bewegt? Das ist eine gute Frage. Wurde mir noch nie gestellt. Ich weiß es nicht genau. Mein Bruder hat mir später geschildert, dass ich wohl eben so gezuckt hätte. Also was, wie es wohl üblich ist, so unter Wasser. Er hat ja dummerweise ins Wasser reingegriffen, um den Föhn rauszuholen. Das war eine ganz schlechte Idee. Und er ist dann auch sozusagen ausgeschaltet gewesen. Also konnte dann nicht mehr weiter, erst mal nicht mehr weiter mich sozusagen retten. Und in diesem Moment wohl bin ich auch in meinen Körper zurückgekommen. Wie gesagt, dieses Licht hat mir eindeutig gesagt hier zurück. Und ich bin dann urplötzlich in meinem Körper wieder drin gewesen, habe wieder alles gespürt. Und bin dann so, wie ich war, aufgestanden, unter Strom und aus der Badewanne rausgesprungen. Wie geht das? Das haben später wohl auch ein paar Herzspezialisten, wenn man später mal gesagt hat, dass das wohl außerordentlich schwierig wäre. Es hat aber wohl tatsächlich stattgefunden. Und ich kann mich noch erinnern, als ich aus der Wanne raussprang, habe ich noch mir überlegt, ich darf mir ja nicht den Kopf anstoßen an der Heizung, die gegenüber war. Wahnsinn. Also solche Gedanken kamen dann, ja. Wenn Sie solche Erlebnisse schildern, wie viele Menschen bezeichnen Sie denn als Spinner? Das bin ich zum Glück noch nie. Das ist mir noch nie passiert. Was mir natürlich passiert heutzutage, ist, dass wenn Menschen erfahren von meinem Nahtoderlebnis und mich kennen, dass sie natürlich einen gewissen Respekt haben. Also dass sie nicht wissen, wie sie mich ansprechen sollen. Das ist das Thema Auseinandersetzung mit dem Tod. Sage ich es ihm jetzt oder sage ich es ihm nicht? Also es ist eine gewisse Beklemmung dabei. Für mich ist das ganz normal, wenn mich jemand fragt, dann gebe ich auch keine Auskunft. Ich glaube, ich kann auch vielleicht ein bisschen dazu beitragen, dass das so entkrampft wird. Tod ist, finde ich, wird viel zu sehr, ja, natürlich ist es ein ultimatives Erlebnis, der Tod, ohne Zweifel. Und es beendet unser Leben. Ich habe jetzt mit meinem Blick, also einfach, dass es wohl weitergeht irgendwie. Dadurch ist das für mich jetzt nicht, es ist ein Ereignis, ja, aber ich glaube, es kommt noch viel mehr. Ich empfinde es auch unheimlich tröstlich, also Ihre Erzählung jetzt. Das ist irgendwie, ja, es gibt einem schon Trost oder auch dieses, was Sie jetzt erzählen oder so weiter. Und ich denke ja auch, dass es weitergeht. Und das ist jetzt eigentlich ein schönes Beispiel. Also auch das Licht und die Wärme und das ist gut. Frau Kühner-Hahn, wenn Sie so etwas hören, so ein Nahtoderlebnis, was sagen Sie als Seelsorgerin dazu? Alles Quatsch oder real? Auf keinen Fall Quatsch. Ich denke, das ist eine ganz wesentliche Erfahrung, die aber nur wenigen Menschen so zuteil ist. Das ist auch etwas Besonderes und, denke ich, eine sehr kostbare Erfahrung, wenn man die schon so früh macht. Ich finde es wichtig, es ist kein Beweis, ja, aber es ist trotzdem eine wichtige Erfahrung, die, wie Sie sagen, Menschen auch ermutigen kann. Für mich, also ich habe wirklich auch die Erfahrung gemacht, anders, also viele Menschen, die ich im Sterben begleitet habe, wo ich auch wirklich zugegen war, wo der Tod eingetreten ist, dass ich den Eindruck hatte, sie werden empfangen. So habe ich es immer gesagt. Aber es ist auch etwas, was ich nicht beweisen kann, aber was natürlich auch mit meinem Glauben, mit meiner Glaubensüberzeugung zusammenhängt, dass wir von Gott erwartet werden und dass wir nicht ins Leere und ins Nichts gehen. Glauben Sie, dass es den Nahtod gibt, so wie der Herr Bartscher das geschildert hat? Dass es ihn gibt, ja. Es gibt ja immer wieder Menschen, die davon erzählen. Glauben Sie, dass es das wirklich gibt oder ist das eine Halluzination, wie ja manche Ärzte auch sagen? Also das ist ja umstritten in der Medizin. Als eine ganz besondere Erfahrung, das glaube ich schon, ja. Also da möchte ich kurz einhaken, weil das ist natürlich eine Frage, die mir auch oft gestellt wird. Und mir persönlich offen gestatten ist es egal. Mir ist es egal, ob das jetzt ein letztes Fünkchen vom Gehirn ist oder ob es tatsächlich ein Übergang ist in eine andere Ebene. Ich habe meine eigene Überzeugung, aber was ich sagen kann sozusagen, ist, es ist sehr angenehm. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aussage, der Tod, um dem Tod auch den Schrecken zu nehmen. Ich fand es toll, dass Sie vorhin gesagt haben, Sie haben auch Freude und auch mal Lachen im Hospiz. Das ist wichtig. Ich glaube, wir brauchen einfach einen anderen Blick auf den Tod. Der Tod ist natürlich eine Grenze und eine Zäsur im Leben. Aber wir dürfen ruhig auch mal lachen und es auch mal unter sehr angenehmen Aspekten sehen. Ich denke, das ist wichtig. Wir müssen das enttabuisieren. Also ich finde es halt wichtig, dass man nicht sagt, so ist sozusagen das ideale Sterben oder das ist eine ideale Erfahrung. Wie gesagt, das ist etwas ganz Besonderes und etwas Kostbares, wenn man das erlebt. Aber das Sterben ist einfach sehr verschieden. Und es gibt Menschen, die auch sehr schwer sterben. Und ich finde es wichtig, dass man das Sterben nicht zu einer Leistung macht, dass man besonders gut sterben muss. Sondern es ist wirklich so akzeptiert. Sie haben am Anfang gesagt, dass Geburt und Sterben sind sehr nah zusammen. Und so wie Menschen verschieden zur Welt kommen, das kann man auch nicht planen als Frau, wie man sein Kind zur Welt bringt. So ist es mit dem Sterben auch. Die Frau Sessler hat ja auch gerade gesagt, dass es für Sie sehr tröstlich ist, diese Erfahrung, da kommt was danach, so wie Sie es erlebt haben. Also es könnte ja auch ein Beweis dafür sein, dass es doch ein Leben nach dem Tod gibt. Warum ist es dann in der Kirche so umstritten, dieses Thema? Mit dem Nahtod? Mit dem Nahtod. Ich glaube gerade, dass man es eben nicht als Beweis sehen kann. Sondern im christlichen Glauben haben wir die Hoffnung auf die Auferstehung. Und das finde ich eine ganz wesentliche Hoffnung, eine Glaubensüberzeugung, die man aber eben auch nicht beweisen kann. Aber schon die Tatsache, dass für viele Menschen das eine ganz wichtige Hoffnung ist, die sie trägt, das ist für mich schon was ganz Wichtiges. Aber es ist kein Beweis. Also im naturwissenschaftlichen Sinn. Haben Sie Ihren Eltern gleich von Ihrem Erlebnis erzählt? Nein, nein, dieses Erlebnis ist für mich sehr, Sie können sich vorstellen, das ist ein außerordentlich persönliches Erlebnis. Das ist jetzt noch ein Junge in der Pubertät. Das war für mich schwierig, also jemand anderen mitzuteilen. Es lässt sich auch schwer beschreiben. Also es gibt keine irdische Erfahrung, die vergleichbar ist aus meiner Sicht bis heute. Sodass es eben bei mir blieb. Wie lange hat es gedauert oder was war für Sie dann auch der Anlass, darüber zu sprechen? Also ich hatte jetzt keine Motivation, darüber zu sprechen und zu diskutieren mit anderen, weil es immer noch ein persönliches Erlebnis ist. Ich kann es anderen mitteilen, so wie Ihnen. Und trotzdem kann ich es nur verbal so wiedergeben, aber erfahren hat es ja keiner von Ihnen, von der es ist sehr, sehr schwer, das darzustellen. Vermitteln. Zu vermitteln. Und ich glaube, dass das wirklich außerordentlich schwierig ist. Vielleicht war das auch damals der Grund, warum ich erst mal darüber wenig erzählt habe. Es hat mich später sozusagen wieder eingeholt. Eigentlich mehr unter dem Aspekt, was sollte das eigentlich für mich bedeuten damals? War es wichtig oder nicht? Und dann habe ich eine Phase im Leben gehabt, wo ich mich damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe. Frau Sessler, hat die Arbeit im Hospiz Sie geändert oder Ihre Einstellung zum Tod? Auf jeden Fall. Also mein Leben hat sich geändert. Ich lebe bewusster. Ich lebe auch, sagen wir mal, mit dieser irdischen Endlichkeit. Ich bin ehrlicher, offener, auch in meiner Partnerschaft. Das ist eine ganz andere Beziehung. Gut, haben Sie auch Freundschaften gelöst, Freundschaften verändert. Einfach aufgrund dessen, dass ich mich verändert habe. Inwiefern haben Sie sich verändert? Ja, mir sind einfach Dinge, die mir früher wichtig waren, heute nicht mehr wichtig oder nicht mehr wichtig genug. Zum Beispiel? So ganz banale Dinge wie jetzt irgendwie materielle Dinge im Materiellen oder so weiter. Das hat für mich nicht mehr den Stellenwert, nicht mehr die Wichtigkeit. Oder auch so, ich rege mich über viele Dinge im Alltag gar nicht mehr auf, weil ich einfach denke, okay, das ist eigentlich gar nicht wichtig. Ja, da habe ich mich einfach verändert und ich habe auch einen anderen Blickwinkel bekommen in meinem Leben, dass ich einfach sage, ja, dadurch, dass ich viel mit dem Tod mich auseinandersetze und auch in Erfahrung habe und auch sehe, ich bin einfach dankbarer geworden, viel dankbarer für mein Leben und auch bewusster und auch für meine, ich bin dankbar für meine Gesundheit. Man kann fast schon sagen, ein bisschen demütig, auch wenn ich im Hospiz bin und dort dann die Türe schließe, Freitags nach meinem Stationsdienst, da bin ich einfach dankbar, dass ich hier gesund rausgehen kann. Und wenn ich auch sehe, was die Menschen an Krankheiten haben und für Leidenswege haben und für Abschiede sind, da denke ich einfach, ja, mir geht es gut. Wir haben Sie bei Ihrer ehrenamtlichen Arbeit begleitet und da der Tod natürlich etwas sehr Intimes und Privates ist, dürfen wir die Hospizbewohner nur von hinten zeigen. Berühren, pflegen und manchmal auch einfach nur da sein. Das macht Liz Sessler seit zwölf Jahren als ehrenamtliche Mitarbeiterin beim Hospiz Stuttgart. Ganz viel schloss, das ist schön. Die 52-Jährige kommt einmal in der Woche und begleitet Sterbende auf ihrem letzten Weg. Also wenn ich es mal ganz naiv und einfach sagen soll, gebe ich einfach mal mein Herz zuallererst, weil wenn ich hier reinkomme, ich glaube, das spürt man hier auch, dann bin ich einfach in meinem Element und einfach glücklich. Ich wasche sie, ich creme sie ein, ich verwöhne sie, ich führe mit ihnen Gespräche, ich tröste sie, ich begleite sie einfach. Wenn sie nicht im Hospiz hilft, leitet Liz Sessler mit ihrem Mann eine Versicherungsagentur. Das ist allerdings nur ihr Beruf, sagt sie. Ganz anders die Arbeit im Hospiz. Wenn ich ehrlich sein möchte, ist es mein Leben Sinn. Trotz allem, dass ich noch viele Dinge beruflich habe, Freunde habe, Familie habe, aber dieses Hiersein, das macht mich einfach glücklich. Dienstschluss im Hospiz. Liz Sessler geht ohne Sorge zurück in ihren Alltag. Sie weiß, dass die Menschen hier beim Sterben nicht alleingelassen werden. Sie gehen ohne Sorge zurück in den Alltag. Aber wenn man ständig auch mit dem Tod vor Augen hat, mit dem Tod konfrontiert ist, ist es nicht auch eine unglaubliche Belastung, die einfach auch Kraft kostet? Also ich sehe das ein Stück weit nicht als meine Aufgabe, sondern als meine Berufung, die Menschen zu begleiten. Und ich begleite ja die Menschen ein Stück in ihrer letzten Lebensphase. Es ist nochmal ein Unterschied, ob das Familie, Freunde oder Sonstliches ist, sondern ich gebe diesen Menschen ein Stück und ich gebe so viel und mache sie dann auch manchmal einfach für Momente, Augenblicke, Stunden glücklich. Oder ich bin da für sie und das ist für mich befriedigend und dann belastet mich das auch nicht so sehr. Und auf Station weiß ich, wenn ich die Menschen zurücklasse, wenn ich gehe, sind noch so viele helfende Begleiter da, dass ich niemand allein zurücklasse, sondern es sind so viele Menschen drumherum. Aber dadurch, dass es wirklich so ist, dass ich sage, ein Stück begleite ich sie, kann ich immer wieder abschließen. Natürlich ist es manchmal so, wenn ich die Menschen länger begleite oder Menschen emotionaler nahe bin, dass mich das schon belastet. Ich habe aber einen Rückhalt im Hospiz auch mit Supervision und in unserer Gruppe, die mich einfach stützen. Also ich finde schon auch, dass es beides ist. Man bekommt sehr viel von den Menschen zurück. Also es ist wirklich nicht nur eine Einbahnstraße. Aber es ist natürlich auch belastend. Also man ist schon, ich finde es schon sehr stark, auch mit der dunklen Lebensseite befasst. Und das ist ja nichts Normales, denke ich. Und ich glaube, es ist wichtig, sich das immer wieder auch bewusst zu machen und auch bewusste Gegengewichte zu schaffen. Der Tod in der Gesellschaft spielte ja zu wenig eine Rolle. Denken Sie, dass sich da was ändern muss? Ja, das denke ich. Ich denke schon, dass er in vielen Bereichen, nicht überall, ich denke gerade Hospizbewegung hat viel bewirkt auch, aber dass er doch noch in vielen Bereichen einfach sozusagen die Leistungsorientierung, auch die Konsumorientierung stört. Ja, und überhaupt Menschen, die krank sind, die leiden, die sterben. Und das haben ja auch in der Klinik immer wieder Leute gesagt, die schwer krank waren, einen langen Leidensweg hatten, dass einfach ihre Freunde sich sortieren, dass sie weniger werden. Und da auch viel Enttäuschung dann manche erfahren müssen, zu allem anderen noch dazu. Also Sie würden sich wünschen, dass die Menschen den Tod mehr annehmen und auch... Ich glaube zuerst mal, dass was vor dem Tod ist, nämlich das, dass es Krankheit gibt, dass es Menschen gibt, die in Not sind, die leiden. Und dass man sich sozusagen auch den Vorboten des Todes, oder das heißt einfach der Vergänglichkeit und der Zubrechlichkeit des Lebens, dass man sich mit dem befasst und dann natürlich auch mit dem Sterben und mit dem Tod. Ihr Nahtoderlebnis, Herr Batscher, hat das auch für Sie heute noch starke Auswirkungen auf Ihr Leben oder ist das einfach ein Teil, der in Ihrer Vergangenheit passiert ist? Nee, nee, das hat sehr starke Auswirkungen auf mein Leben natürlich, so wie die beiden es hier gesprochen haben. Also es relativiert sich natürlich vieles. Also viele Dinge, die augenscheinlich vielleicht vielen anderen wichtig sind, sind mir vielleicht nicht so wichtig. Und dafür sind andere Dinge natürlich der Rücken mehr in den Mittelpunkt, klar. Was ist das zum Beispiel? Also ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Ich hatte jetzt zuletzt, in den letzten Wochen sind viele, wirklich viele, Bekannte und manchmal gute Freunde verstorben. Ich weiß nicht warum, aber das hat mich komischerweise viel leichter wieder gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass der Tod natürlich jeden und irgendwann ereilt und dass ich sozusagen den Tag mehr, den Tag sozusagen genießen darf. See's the day heißt es auf Englisch. Das heißt also, die sind einfach das Jetzt und das Hier viel stärker, bewusster erleben. Und das ist eigentlich eher befreiend, finde ich. Also Sie trauern weniger als Freunde von Ihnen zum Beispiel? Ja. Wird es als kühle empfunden von anderen? Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass ich da auch eine Art Zuversicht oder dergleichen ausstrahlen kann. Aber natürlich kenne ich auch Trauer. Es gibt auch einen Verlust. Aber generell überwiegt bei mir natürlich auch die Zuversicht, nämlich dass es diesen Menschen jetzt sozusagen gut geht oder dass sie in einem anderen Zustand sind und es ist ein guter Zustand. Und wenn wir sie fragen würden, würden sie bestimmt sagen, lebe dein Leben und lebe es hier und lebe es jetzt und genieße es. Dazu ist es da. Wir sind nicht auf der Welt, um zu leiden. Wir sind auf der Welt, um alles draus zu machen, was die Fülle des Lebens uns bietet. Was raten Sie Menschen, die große Angst vor dem Tod haben? Sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen. Also ich denke, das ist schon ganz wichtig, wenn man überhaupt das äußern kann. Und wenn man miteinander darüber reden kann. Und vielleicht in Familien, Partnerschaften, in Freundeskreisen. Das ist ja alles oft kein Thema. Wenn man da miteinander sprechen kann und vielleicht auch sagen kann, was die große Angst ist und was einem vielleicht auch helfen könnte in der Angst. Und ich denke schon, das Teilen miteinander ist schon ein erstes Heraustreten. Meine Studiogäste wünschen sich alle, dass der Tod auch mehr Teil des Lebens ist und die Menschen auch mehr darüber sprechen. Angst vor dem Tod war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichten erzählt haben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020